Das ist bestimmt die Schwerkraft gewesen. Von wegen Cheater. Der Cheater. Oh Mann. Oh, das ist ja auch so. Au ja, das ist ne richtig geile. Ach die. Ich seh nur ein G. Boah, Nuka, weißt du noch, unser Duell? Ich bin runtergefallen. Von wegen, oh ja, ich wollte dir das Duell. Das war so lustig. Ja, ich wollte dich erschießen. Ich war ja Traitor und du wolltest mich erschießen. Also Ruko, Ruko ist hier Dauertraitor. Der wird sofort erschossen. Das stimmt gar nicht. Und ich bin runtergefallen und du wolltest runterspringen. Bist auch draufgegangen. Das war geil. Ich hab nur gesehen, ich hab nur gesehen, wie Ruko alle verarscht hat im Leuchtturm. War so geil. Geh du vor und umzeigen uns. Ja klar. Nein, nein, nein. Doch, doch. Geh du vor, ich hab Angst, ich trau mich nicht, alles klar. Und zeig dir, der geht vor, wie das schon von Ruko, von Ruko, ey. Oh Mann. Das soll ich niemandem trauen. Geht alles so, alle weg. Vor allem, wenn du Ruko schon sagt, ich trau mich nicht. Ich wurde vorher mehrere Mal angeschossen von Innocenten. Ohne Grund. Nee, das war kein Grund. Ohne Grund, das war... Ruko, bei dir braucht man keinen Grund. Genau. Ich hab nur noch Glock. So find ich keine, äh, keine, ähm... Äh, ach so? Hi. Keine Dings. Super, mhm. Dann nehm ich eben das, was hab ich denn hier? Äh. Einer hat die ganzen, einer hat die ganzen, wie heißen die nochmal? Äh, Schrotzen. Mitgenommen. Was, war ich das vielleicht gerade? Hm. Nanananananananana. Einer hat wieder gesprüht. Ja, hallo, das muss gelegentlich mal raus, sonst platzt das. Äh, wat? Ah, okay. Stimmt. Waah? Ja, das ist definitiv gesünder, wenn es rauslässst du, stimmt. Ja, ja, ja. Geil. Oh Mann. Sehr gut. Aber was machst du da? Ich gucke rum. Äh, dann guck weiter. Ich gucke. Äh, was machst du da? Ich gucke nur rum. Also ich stehe in Tanuka und beobachte sie. Warte, ich mach den einen Nase. Jetzt hat er den... Ne, gar nicht mal. Warte, was ist noch eines? Jetzt hat er den schönen Nase. Hä? Wer? Ja, der Fussel da hinten. Ah. Der hat jetzt eine Nase. Ja, aber stell dich nicht vor, ihr Scharfschützengewehr, würde ich nicht empfehlen. Meinst du, sie trifft? Ich hab... Boah. Stimmt auf, ihr. Da stell dich auf. Ja, du musst du ja eigentlich wissen, ne? Guck mal, jetzt. Das ist ja eine Schweinennase. Das ist eine Schweinennase. Boah. Siehst du, boah, es ist auch so aus. Hm. Ja. Hin und wieder, vielleicht. Sehr gut. Wo hat Ruko sich wieder verkrochen, der kleine Traitor? Das letzte Mal hab ich ihn gesehen, da war er... Warte mal, wo war er denn da? Das weiß ich gerade dran. Moment. Müssen wir mal. Da, in dem, in dem... Ne, im Leuchtturm nicht. In welchen? Moment, ich muss mal kurz die Brücke finden. Ja, doch, da müsste er auch im Leuchtturm eigentlich sein. Der Fisch gibt im Leuchtturm. Oder dahinter. Dahinter ist er nicht. Komm, wir gehen alle Ruko suchen. Äh, ich bin auf dem Leuchtturm. Äh, er ist auf jeden Fall nicht hier. Okay. Ist er vielleicht unterm Leuchtturm? Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ey, hier haben wir geschossen. Ich war's nicht. Aber ich bin jetzt unterm Leuchtturm. Also bist du jetzt unterm Leuchtturm? Ja, in der Kanalisation. Kan-Kanalysation. Ich hab Ruko gefunden. Er läuft da hinten rum und er sagt absichtlich nichts mehr. Schön, dass ihr von Anfang an gesagt habt, oh, wir müssen ihn suchen. Wieso? Oh mein Gott, ich glaube, Ruko ist tot. Vorsicht, Vorsicht, aber wir sind da so. Ruko! Ich komme wieder zurück durch die Kanöle. Ja, ja, geh ruhig, geh ruhig. Ich bin auch weggegangen. Vor allen Dingen Kanöle. Hier sind Kanöle. Ich dachte, das sagt man heutzutage so. Nein! Ach, Mann. Diese Leitern. Oh, musst du springen. Ja, ja. Oh, musst du springen. Was ist das? Was ist das, Luca? Was ist das in der Hand? Ja, komm, komm, komm. Alter, Luca. Luca hat auf mich geschossen. Also war das Stück. Und ich ziele gerade auf dich. Auf mich? Ja, auf wen denn sonst? Hör mal. Warum denn auf mich? Du bist tatsächlich gemeint bist. Psycho? Ja. Ich bin auf dem Leuchtturm. Und ich möchte keine Gesellschaft haben. Ich bin auf Leuchtturm. Und zielt auf alle anderen. Und ich möchte keine Gesellschaft haben. Ja, also bleibt weg vom Leuchtturm. Ich rate es. Ich ziele auf den Leuchtturm. Ich ziele nicht auf den Leuchtturm. Ich ziele auf Nuka, sonst ist sie eifersüchtig. Warte, ich muss jetzt mal eine Kurve machen, sonst kann ich nicht auf Irakzu zielen. Ich ziele auf Irakzu. Ich ziele auf Roku. Nein, das macht schon Nuka. Nuka? Hinter dir, hinter dir, Nuka. Du hast den Deathwing aber gehalten. Ah, Nuka ist es. Ah. Es ist am Boot. Ah, Nuka ist es am Boot. Ah, Nuka. Zielt schlappen. Ah. Ah. In den Rücken, echt geil. Wen habe ich erwischt? Mich. Aber nicht tot. Doch, mit Nelly. Echt? Cool. Jetzt mir das, was ich gesagt habe. Headmaster, wow. Yeah. Ich habe beide Augen aufgehoben gehabt. Ey, wann passt ihr damit mit der Leiche? Obwohl die bis Handkobie, ey. Krieg mal eine richtige Waffe, ich will eine Schotze. 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 Schotze, 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 Schotze. Also ich habe eine. Hm. Oh, da liegt eine. Aua. So. Schön. Amo, Amo, Amo. Das war die falsche. Boah. Das ist die richtige Waffe. Mium. 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 Uko, was steht bei dir rechts unten? Innocent. Ha, verarsch, das ist links unten. Luca ist es. Nee, du bist es. Du bist doch sonst immer der Perfekte hier, von wegen rechts, links, Fächer, aha. Der Perfekte hier. Oh, hallo. Fächer ist doch sonst immer. Hallo. Du meinst wohl links unten. Ach, du hast sie schon. Alles klar, dann geh ich da nicht weiter. Da oben ist noch eine, da oben ist noch eine. Ja, ja, ist klar. Nee, umgelehrt, da oben ist noch eine. Ja, ja. Dann bist du tot. Ich hab keine Waffe, ich geh nicht mit dir, vergiss das. Ich geh nicht mit dir. Veraxo? Oh, was ne Abfuhr hier, ey. Was ne Abfuhr. Ich geh nicht mit dir. Veraxo ist hinter mir. Veraxo ist hinter mir. Ich möchte eine politische Waffe haben, möchte ich bitte. Warum ist das Rohr so grün? Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich weil ich innocent bin. Mein Rohr ist grün. Nein, du brauchst. Okay, alles klar. Jeder hat eine politische Schrotze. Ja. Ah! Ich hab schon eine. Ah, wir sind hier auf dem Sniper-Turm. Ah! Ach, ihr beiden da oben hoch. Ich bin weg. Und ich finde hier nicht raus. Wieder in diesem Spiegel-Kabinett. Hier ist ja... Oh, Mann. Wo ist denn Roku so schnell? Ach, hier geht's raus. Ja, weil... Das wurde es mir im Eindruck zu erinnern. Also das letzte Mal hab ich ihn am Leuchten. Ne, weg. Ah! So. Du bist tot. Hä? Nein, ich lebe so. Ich hab mich nur erschrocken, weil es auf einmal dunkel war. O Gott, die Augen zugemacht. Da hab ich richtig gehört. Das macht mir alle piep. 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 Ach, ich lehme ja noch alles, so langweilig. Äh, ich bin Jim Klopf. Nee, Jim Klopf hat ja ne Lokomotive. Wat war dat? Einer ist gestorben? Ich nicht. Ich auch nicht. Komm. Oh. Das ist nur was explodiert. Äh, ich hab Disco geworfen. Aha. Er will die 60er Jahre zurückhaben. Hier ist ein Fahrrad. Sag mal, wie viel Discos findest du? Wupp, wupp. Ach, du bist wieder voll am Sprühen? Nö, das war nicht mal ich. Ich hab nach ihm gesprüht. Oh. Ich hab nach ihm gesprüht. Boah, das klingt ja so falsch, ganz ehrlich. Oh Gott. Nur mit den passenden Gedanken. Wohin denn? Wohin denn? Auf Ruku oder so? Nur an die Wand. An die Wand. Ich war grad ganz, ganz alleine. Oh Gott. Äh, oh Gott. Gesprüht und gespritzt, ne? Quatsch. Ja. Ah, wer ist denn da? Ah, wer zieht auf mich? Hallihallo. Äh. Wo ist Ruku? Wer ne Ahnung. Ist er schon tot? Keine Ahnung. Hm, ich hab ihn nicht gesehen. Jetzt redet er wieder mit Absicht nicht, wa? Ah. Wahrscheinlich. Bestimmt. So wie grade, so. Ja, weißt du, wir müssen Ruku suchen. Und keiner interessiert uns, ob ich tot bin. Ah, ich suche einfach einen mal aus. So viel gegen den, äh. Oh. Ich hab einfach geraten. Warum? Sehr gut. Ich hatte wirklich gar keine Hinweise. Ich dachte so, kann nur, äh, wie Raxo oder Nuka sein. Fifty-fifty Chance. Ich hab dich ausgesucht. Boah. Kehlauverdacht. Ja. Weil Raxo nicht so gut zielen kann, ne? Hallo. Hallo. Ein Schuss war's nur. Ich hab da einen Ruku gebraucht. Äh. Das wär cool. Oh Mann. Hier Raxo hat wohl Psycho, der hat einfach nur den Rücken zugedreht. Ja. Dabei wollte ich grad an die Wand sprühen. Ja. Also ihr Wandsprüher, ne? Das ist schlimm. Voll, voll hier die Randalen, äh, Vandalen. Weil wir's können. Genau. Ja, also du sprühst an die Wand, etwas Pinkes, Flauschiges. Mit der Lanzunge. Mit der Lanzunge. Naja. Und großen Glückschau. Das sind nur Hühneraugen. Alles gut. Äh, eine Schotze ist nach oben. Nein, nicht mehr. Okay. Ich seh eine. Ah, hier unten. Haha. Aha, was sei das? Das ist wo? Ja, wie gesagt, Ruhe wünschte ich die 60er Jahre schon. Party! Ach, du lieber Gott. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich wurde eine Granate auf mich geworfen, aber, äh, ich hab immer noch 100 Lebensstunden. Nee, die macht keinen Schaden, die Disco. Nee, Disco macht doch überhaupt keinen Schaden. Oh, okay, ach so. Okay, klar. Warum werfe ich die ja so bereit für dich? Oh, ich hab gerade jemanden tanzen hören, äh, oder auch nicht. Ja, ich hab das auch gehört, ja, ja. Super. Ah, nee. Ich hab's nicht gehört, wieso? Ja, du sagst, dass du tanzt. Ich war gerade ganz alleine unten, unterm Leuchtturm in den Kanälen. Ich hab heute wohl oft genug getanzt. Nee, Moment, mach zwei, einmal. Mhm, das Lied, das verspricht, dass du die Klappe bist. Wuhu, wer war's? Sie hat, sie hat, sie wollte mich zum Tanzen bringen, deswegen bin ich nicht nachgegangen. Ich hab eine Runde überlebt. Du hast fast jede Runde überlebt. Nee. Fast. Aber von Luca, äh, Handy gekriegt oder von dir ein Handy gekriegt? Ja, du bist immer mein erstes Ziel ab jetzt. Warum? Ach, wie cool. Das fällt ja jetzt erst ab. Äh, ich kann... Foko ist es. Ach, Gott. Egal. Ihr wisst doch, ich lüge nie. Es passiert dann immer. Schklar. Inno 10. Ebenso. Ha, gelogen. Das hat so einen ganz komischen Ton gerade in der Stimme gehabt, ne? Ich auch. So einen schuldigen Ton. Oh. Ist er gerade nicht da? Ist er gerade nicht da? Ach, ist... Ah, ah, merkst du? Ah, ah, Roku, oh, nee. Nee, 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 nee. Wenn der schon sagt, Bäh, 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 wie hast du das? Schon gelogen. Knall ihn ab, Viraxo. Du hast uns einen Segen. Hast du einen Maus in der Tasche? Was? Besser. Alter! Psyko, der ist. Ah. Psyko. Wo bist du? Ah, keine Waffe. Ist das safe? Wo denn? Ich weiß es nicht. Ich sehe leider gar nichts. Ich bin gerade hinterm Leuchtturm. Hörisch. Also da liegt schon ein Toter. Ich weiß noch nicht, wer jetzt ist. Ist nicht. Oh. Hat mir wehgetan. Nuka. Nuka ist tot. Das heißt, Psyko könnte es tatsächlich sein. Das heißt, ich will jetzt mal Tricks sehen. Was? Ja. Jetzt kommt er wieder. Psyko? Ja. Ah, du nimmst noch gut. Gott sei Dank, hast du was gesagt. dass du so entdeckt, dass ich es bin. Du hast n' Psyko gefunden. Ja, aber ich muss sagen, ich habe einen von euch im Verdacht. Weil ich weiß, dass Psyko oben auf dem Leuchtturm ist. Nein, ich bin ich gar nicht. Und weil er sich gerade... Wer war das da gerade oben drauf? Dann war es Psyko. Ah. Was? Nein. Ich will nicht mal in der Nähe. Ich würde dem Psyko nicht so trauern, ne? Würde ich auch nicht, aber ich bin's nicht. Ja, dann bin ich wie Raxor. Man weiß es ja nicht. Ich bin ja... Ach, einer von euch beiden muss das... Ich würde es auch nicht wünschen, wenn Nuka hier noch irgendwo rumlaufen würde. C-N-E-C-O-N-N-I. Das bin ich. Bis zum. Oko, wo ist der Viraxor? Also es ist schon merkwürdig, dass der... Oh nein, ist Viraxor tot? Viraxor? Keine Ahnung. Oh Mann. Sie... Ah. Ah! Ich habe mich auf Leuchtturm versteckt. Ah, hat sie gut gemacht. Ah, ja.